Normalerweise versuchen wir die Oper immer in zeitaktuelle Geschehnisse zu setzen. Wir haben uns hier entschieden, nicht die Zeit zu aktualisieren, sondern eher das Umfeld. Also wir setzen es in eine queere Utopie. Das heißt, alle Figuren sind queer und spielen das in einem queeren Club. Als Anleihen haben wir da die Dragballs in Magic City aus den 1930ern in Paris genommen, aber auch bis heute zu RuPaul's Drag Race mit ihren Categories, ein friedlicher Wettstreit innerhalb dieser queeren Community, um das beste Outfit, wer am besten das andere oder das eigene Geschlecht verkörpern kann. Für uns ist es auch wichtig, eine Zeit zu verlegen, die nicht die jetzige ist, sondern in der Vergangenheit, weil es in dem Stück auch sehr viel um Melancholie, um die bessere alte Zeit geht. Und deswegen haben auch wir das in einer Zeit von quasi vor 40 Jahren, in die späten 80er, frühen 1990er Jahre verlegt und schauen auch mit Perspektive auf diese queere Community, auf eine Welt zurück, auf eine Generation, die etwas erkämpft hat, was heute für uns selbstverständlich ist und wollten quasi das auch ein bisschen in den Vordergrund rücken. Es ist sozusagen eine Verneigung vor dieser Generation der 90er, die uns queeren Menschen diese Perspektiven ermöglicht hat. .